Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pine. Wir fahren heute endlich mal weiter. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen lange Pause, aber... Wobei, also doch, es war eine lange Pause zwischen dem zweiten und dritten Video, aber... Ja, egal. Auf jeden Fall starten wir jetzt wieder rein. Okay, Leute, wir sind jetzt hier gespawnt. Alles, Alter, in Schatten. Okay, wir wollen scheinbar zu diesem Marker hin. Ich weiß gar nicht mehr, was wir wirklich machen wollten. Ja, wir gehen jetzt mal da hinten hin. Alter, guck mal, wie weit da hinten das hier schon wieder müssen. Naja, was soll's. Oh nice, ich hab so eine Kugel gefunden, die der Kroff folgte. Also, das ist, glaube ich, ja dieses Marmut, oder? Was ist hier für Wesen? Wir haben auch gerade hier den... Wir haben auch gerade hier den Sumpf... Oh lol. Sumpfwald entdeckt, oder wie das hier heißt. Alter, was bist du denn? Oh nee, die sind nicht gut. Die sind böse. Schnell weg. Wir müssen scheinbar hier rein. Okay, wir kommen hier rein. Oh nee, Leute, ich war fast drin. Ich hab mich hier im Baum irgendwie hochgeglitscht worden. Die ist einfach nur unsichtbare Wand, richtig weit nach oben. Das Fenster können wir irgendwie auch nicht. Und wieso kommen wir hier nicht rein? Guck mal, wie easy das eigentlich wäre. Einfach hier oben und dann rüber zu springen. Aber es geht halt nicht, weil da eine unsichtbare Mauer ist. Okay, wir wollten schon genau hier hin. Was ist denn, wenn ich mit dem mal sprechen will? Oh lol. Oh shit. Ich wollte mit dir sprechen, Junge. Ich wollte nicht mit dir fighten. Boah, Junge. Come on, ich slap dich, Junge. So rennt der Typ weg. Oh lol. Scheiße, ey. Wir sind fast tot. Komm, so nimm dir doch jetzt. Ups. Jo. Ja. Oh, wir haben jetzt das Wächterabzeichen. Können wir damit jetzt vielleicht rein? Nee. Wir sollten vielleicht mal was essen, weil wir sind fast tot. Okay, Leute. Ich habe leider immer noch nichts zu essen. Okay, ich habe aber da vorne jetzt ein Markel gesetzt und da vorne war irgendein Spezialist Symbol. Vielleicht können wir dort irgendwo irgendwas machen. Alter, das sieht mich bestimmt nicht, oder? Oh, f***, das ist der König. Oh. Scheiße, wir sind hier. Oh Gott. Oh Gott, Junge. Was ist hier? Oh Gott, was ist hier? Oh Gott, ja toll, ich bin tot. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder hier. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zu unserem Homie da. Ja, okay, Leute, wir müssen uns halt wieder dorthin irgendwie schleichen. Man kann halt gar nicht so richtig crouchen. Hab ich mich schon wieder gesehen? Ja, klar. Scheiße. Scheiße, wie viel ist das? Das ist ja auch Sinn. Schnell weg, wir gehen. Nein, ich habe mich verheddert. Hilfe. Oh. Nein, nein, nein. Schnell weg, schnell weg. Okay, Leute, wir könnten theoretisch schnell reisen. Dahin, aber das Problem ist, wir haben, ähm, kein, warte mal, hier steht's. Stell doch ein Sportkit. Äh, keine Ahnung, das kann man sich wahrscheinlich craften. Ich weiß aber nicht, wie. Naja. Schade, lieber. Okay, Leute, das Problem ist, wir müssen jetzt hier vorne wieder durch, weil hier komme ich halt nirgends hoch. Aber das wird schon schief gehen. Wir werden hier einfach durchrennen und dann passt das. Ja, du willst uns bestimmt nicht hitten, oder? Ja, guck, ich lock das ganze Dorf auf mich. Oh, scheiße, da unten sind die auch noch. Dann habe ich keine Obstraum mehr. Oh, nee, da oben ist wieder so ein komischer Axelottl. Lass mich hier in Ruhe. Kommt der durchs Wasser? Oh, Alter, wir können schwimmen. Nee, kommt der nicht durch. Oh, lol. Alter, was bist du denn für ein Ding? Oh, schade, da kommt doch... Oh, nee, wehtaste. Oh, die Trockenschlucht, aka die Wüste haben wir jetzt gefunden. Okay. Was gibt's hier? Oh, lol. Leute, die reiten einfach durch mich durch, alles klar. Junge, was seid ihr für Tiere? Oh, lol, was bist du denn? Lol, ein Fuchs. Alter, was ist ein epischer Kampf. Junge, gib mir was von deinem Essen. Oh, ja, er ist down. Okay, es tut mir leid, Herr Fuchs, aber auch ihren Blut. Ich habe ihn auch aufgesammelt, alles klar. Okay, leider hat er aber trotzdem nichts zu essen dabei. Habe wahrscheinlich noch gerade alles gegessen, was er noch hatte. Da unten, warte mal. Oh, Leute, ich wäre fast drunter gefallen. Da ist doch so eine Kugel. Dann fehlt uns nur noch eine. Okay, wo könnte die sein? Wahrscheinlich ist in jenem Biom so eine Kugel. Frag ich, wo ist die letzte? Hier, weil, das ist scheinbar jetzt auch eine neue Area. Wenn wir ein bisschen Glück finden, wir vielleicht hier auch noch so eine Kugel. Oh, geil, Früchte, das sind, äh, ja, da Früchte, keine Ahnung. Mehr, ups, warte mal, das wollte ich jetzt nicht. Mehr Gemüse, aber wir können das ja auf jeden Fall jetzt erst mal essen. Also, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ist das eine Festung oder was das auch immer ist? Okay, aber auch hier ist scheinbar keine Kugel hier oben. Na, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Ach, doch, da drüben, lol. Was ist denn ein Zufall? Okay, dann bringen wir eben kurz die Kugeln zurück. Dann haben wir immerhin das schon mal gemacht. Oh, da unten sind solche komische Schweine schon wieder, oder was ist denn? Lol, da unten ist auch wieder ein Axelotl, oder? Also, ich sag denen einfach so, keine Ahnung, was das sind. Alter, sind die am fighten? Oh, ein Fuchs. Ey, das Hund, der... Oh, lol. Alter. Oh, oh, ich bin fast tot, ich muss ganz klar. Lass mich in Ruhe, ne? Oh, ne, der Axelotl ist tot. Alter, das kommt ja auf mich. Gehieren los. Ich bin halt einfach fast gestorben, wegen dem Axelotl. Alter, der ist so schnell. Oh, lol. Ja, verfehlt, ne? Wir haben ihn aber schon mal abgehängt, weil er kommt uns nicht mehr hinterher. Das ist relativ gut. Ne, das war jetzt nicht die beste Idee. Ach, egal. Jetzt haben wir die auch noch gesehen. Ach, joh. Lass mich doch einfach in Ruhe. Da vorne ist nochmal so eine Kugel. Hey, wie viel gibt's denn? Ja, nehmen wir die auch noch mit, oder? Die hat bestimmt viel Wert. Ah, okay. Wir sind jetzt wieder hier. Da vorne ist ja auch dieser Turm und alles. Ja, eine Werkstatt. Okay, dann bringen wir ihm jetzt mal kurz die Kugeln. Für das müssen wir hier in die Höhle. Oh, Mann. Der chillt halt auch nur hier. Macht er sonst gar nichts. Okay, Bro. Ich hab hier noch ein paar Kugeln. Oh, wir haben jetzt einen Beutel-Upgrade bekommen. Okay, danke, Bro. Gut, unser Beutel. Ist der jetzt größer hier? Ich weiß es nicht. Ich hab mich nicht geachtet. Naja. Ist, glaub ich, eigentlich auch egal, oder? Wie nochmal auf Sai. Oh, Sai, Allah. Digga, was glaube ich. Okay, wie nochmal auf Sai. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, was mit dieser Folge pein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.